Oh Gott. Also wir sind jetzt glaube ich, es ist nach halb zehn. Wir können solche Witze machen, auch weil sie einfach ein bisschen lustig sind. Das ist ganz kurz und knackig, aber ein bisschen hart. Die beste jemals getestete Matratze ging mit mir zur Schule. Olaf wischt sich die Tränen aus dem Auge. Das ist mein Indikator. Wenn die schönste Frau von Sostrum darüber lacht, dann Du hast deinem Penis wirklich einen Namen gegeben. Ja klar, darf ich vorstellen, das ist Trübsal. Okay, Jan, wir machen mal ein bisschen ruhiger. So einfach, weil es macht sehr viel Spaß, die doch fragwürdigsten Witze so ganz melancholisch zu singen. Durchsage auf der Titanic, hiermit nominieren wir alle Passagiere zur Ice Bucket Challenge. Leute, das ist tausend Jahre her. Der Lehrer sagt in der fünften Klasse, heute erklär ich euch, wie Kinder entstehen. Eine Schülerin fragt, genervt, dürfen die, die schon gebungst haben, draußen eine rauchen gehen? Das ist richtig schön. Das passiert aber nicht hier an der Schule, sondern am Mariannum ist das eher, ne? Ja, ja. Yes! Ich kann's noch! Mein Mann und ich, wir haben zusammen beschlossen, dass wir keine Kinder haben wollen. Wir sagen's Ihnen heute beim Abendbrot. Okay, wir machen noch fünf Witze, dann ist Feierabend, dann sind wir wieder heiß für die zweite Hälfte. Den finde ich, ey, das ist wirklich einer meiner Lieblingswitze, der jetzt kommt, hier. Ich habe ein furchtbar schlechtes Namensgedächtnis, wem sagst du das? Ja, keine Ahnung. Verstanden, Ulla? Das ist, hast du verstanden? Ja, hast du verstanden? Ja, sehr gut. Ich bin, ich bin Sven. Ja. Ich hatte viele atemberaubende Frauen, klingt viel besser als zu sagen, ich muss mir meine Frauen selbst aufblasen. Noch drei Stück. Nee, das machen wir nicht. Nein, ist zu billig. Das war, was machen 30 Pümmel im Bus, eine Spritztour. Das geht nicht. Hat mich tatsächlich letztens so eine leicht bekleidete Frau am Bahnhof angesprochen. Sie meinte, für 30 Euro macht sie alles, was ich will. Jetzt rate mal, wer heute bei mir das Laminat verlegt. Noch zwei Stück. Herr Doktor, können Sie mir helfen? Ich verschreibe Ihnen erst mal ein paar Moorbäder. Und die helfen auch? Der Arzt sagt, nein, aber Sie gewöhnen sich dann schon mal an die feuchte Erde. Böse, sehr böse. So können wir nicht aufhören. Okay, vielleicht ist das der Letzte. Eure Reaktion entscheidet, ob das passt oder nicht. Kommt ein Mann vom Urologen nach Hause, seine Frau fragt, und wie war's? Der Mann sagt, gut, aber ich soll noch eine Urinkot- und Spermaprobe beim nächsten Mal abgeben. Sie sagt, na, dann schick doch deine grüne Korthose. Einen letzten, einen letzten. Bisschen versöhnlicher brauchen wir einen letzten Witz, ne? Der ist schön, der ist schön, der ist ein schöner, versöhnlicher Witz, der tut keinem weh. Zum Abschluss, danach starten wir in die zweite Hälfte. Meine Frau will mit mir ein ernstes Gespräch über mein kindliches Verhalten. Führend, ja, aber ohne das geheime Passwort kommt sie nicht in meine Kissenburg. Das war's für den Benzmann Sing-Däure-Witze mit Jan-Mir-Mann am Klavier! Dankeschön, Mäppel! Jan, sehen wir gleich noch mal wieder. So, jetzt sind wir alle heiß, jetzt sind wir wieder da. Tolle Witze sind da drin in der Tüte. So, da ist auch mein Lieblingswitz drin, der ist gerade nicht gekommen, das ist, ich wollte mein Leben lang Skispringer werden, aber ich hatte nie eine Chance. Hm.